Guten Tag, ich freue mich heute, hier zu sein und ich habe euch etwas Neues mitgebracht und zwar bei dem Leben, haben es abgebildet, macht die Herzen frei und ein sehr positives Song übers Leben. Überhaupt, die ganze Platte ist sehr positiv geworden und das freut mich, weil es ein bisschen in die Tradition von meinen alten Kindern geht, ich will Spaß. Jetzt den Titel Song zu fliegen und ich hoffe, er gefällt euch ein Song über einen Neustart, den man immer mal wieder probieren kann oder machen sollte, so man sich neu orientiert. Irgendwas ist schiefgegangen und dann schaut man, dass man nicht auf die Beine kommt. Hier ist Zeit zu fliegen. Gut, jetzt geben wir ein bisschen Gas, schon mal im Deich kommen noch mal den Titel, mit denen nicht bekannt geworden sind. Aber vorher haben wir noch ein Stück aus der Platte, aus der aktuellen, übrigens auch hier. Wir haben ja überlegt, welchen Preis wir nehmen, nicht 60, nicht 50, nicht 40 Euro, sondern einfach nur 15 Euro, man soll noch richtig Lowdown machen. Und zwar gestern der Rosenmontag, mit der Poster-Wilder-Bauer. Es war so eine Situation, dass das Lied entstanden ist. Man kennt natürlich mich auch als Sänger aus den 80er Jahren mit dem neuen deutschen Belletiteln. Und ich habe gedacht, ich könnte das ja eigentlich mal noch als Abschluss anstimmen. Ist sicher, der bestellt sich auf. Ich könnte es noch mal als Abschluss anstimmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr überhaupt ihn kennt. Es sind hier und unten habe ich viele junge Leute hier. Heute haben wir mal Tradi Redo, der Kommissar Redo. Ja, so ein bisschen Erfahrung am Tag mit der Tode 2. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Willen! Also, war ja, sag ich, uns hängt euch aus, dann kommt jetzt zum Abschluss. Dann kommen auch gleich Autogrammerecke. Kommt, freue ich mich. Ich sitze hier vorne gleich nach dem Sonnenbau. Und ich komme auch da. Sehr viel. Aber hier kommt erst noch mal. Ich will spielen!